Die Aufzeichnung eingestartet. Yeah. Oh, ich kann nur ein Stream, so das aussieht. Wir können nur Facebook. Oder? Dann würde ich YouTube nehmen. Okay. Wir sind ja live, die Anzeigen. Wenn du das hört, dann ist ein Eindruck, muss man sterben. Wir sehen uns gleich wieder auf YouTube. Wir teilen ja den Link schön auf den anderen Medien, würde ich sagen. Genau, ich würde auch sagen, man muss halt, ja, wie gesagt, wir müssen ein Tod sterben und anscheinend können wir nur entweder oder. Daher kommt mal rüber zu dem YouTube-Kanal, weil wir jetzt darüber wechseln werden. Ich weiß gar nicht, ob uns jemand zuhört. Nicht, dass wir mit uns selber solche Gespräche führen. Ich komme. Ich komme. Ja, das wird jetzt dann rhetorisch, ob wir sowas machen wollen oder nicht. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Der erste Livestream des Lebens ist halt immer tatsächlich auch mein erster, was YouTube angeht. Also auf Instagram live gewesen bin ich schon. Ah, okay. Aber jetzt auch nicht so regelmäßig. Sollte man eigentlich mal machen. Das ist immer ganz cool. Ähm. Ja. Aber YouTube krieg ich nicht hin. Ähm, also schade. Wir sind ja auch immer noch live auf Facebook. deswegen ja. Deswegen ja. Ich hoffe, es ist auch spannend für die Zuschauer, dass die jetzt Spaß daran haben, uns zuzusehen, wie wir versuchen, ähm, uns da irgendwie zum Streaming zu kommen. Kevin, was machen wir denn heute Abend hier? Vielleicht erzähl doch schon mal kurz, bevor wir hier die einzigen Zuschauer, die wir sind, verlieren. Äh, ja, ich erzähl da einfach. Also ich würde sagen, wir reden heute über Airbnb Goes Essen oder andersrum. Essen Goes Airbnb. Ja. Ähm, genau. Das, ähm, erste gemeinsame Projekt von uns beiden nach, ich würde sagen, nicht mal zwei Wochen Erstgespräch. Ähm, genau. Und, äh, wir hatten ja schon eine Podcast-Folge bei dir, beziehungsweise drei Podcast-Folgen, die bei dir jetzt im Laufe der Woche der erste Teil online kommt. Bei mir vermutlich, äh, nächste Woche Mittwoch im Podcast zu hören ist, weil er hört. Und, äh, ja, ich bin auf jeden Fall echt, äh, pumpt, wie man in Neudeutsch sagen würde. Also ich hab Bock. Ich freu mich, ähm, das Projekt mal umzusetzen und auch, äh, deinen Zuhörenden damit einmal ein paar Zahlen auf den Tisch legen zu können in ein paar Monaten. Oh ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dahinter, mal herauszufinden und mal zu experimentieren als Pilot, ähm, wie Kurzzeitvermietung im Essen oder allgemein mit kleineren Apartments läuft und was die Rendite dann am Ende wirklich aussagt. Genau. Und ein Resümee zu ziehen. Was würdest du denn sagen? Ja, das ist genau das Ding dabei. Also, ähm, wir haben uns kennengelernt, ähm, dadurch, dass wir quasi, ähm, uns die Podcasts, äh, sich gekreuzt haben, äh, und wir uns dann quasi gegenseitig interviewt haben. Äh, ähm, und, ähm, genau in diesem Interview hab ich quasi meine Vorbehalte, gegenüber diesen Kurzzeitvermietungen, ja, quasi, ähm, komplett, ähm, über Bord geworfen, äh, und sogar soweit, ähm, ähm, dass, äh, das Ganze, äh, äh, mit einem Objekt von mir jetzt starte, äh, und zwar hat sich auch gerade gut angeboten, äh, weil gerade ein Objekt, was, was ja ziemlich genau in diese Zielgruppe ganz gut reinfällt, ähm, gerade gekündigt wurde, zum Ende des Jahres frei wird, ähm, 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 und daher ganz gut da reingepasst hatte, ne, äh, äh, und so kamen wir jetzt eigentlich zusammen und so kam auch die ganze Idee, ähm, ähm, dass wir ähm, dass wir gesagt haben, wir starten, äh, oder wir, wir gucken uns das Ganze mal an, das war ja der erste Gedanke, mal überhaupt mal auszuprobieren dabei, ne, ähm, ähm, äh, und was natürlich halt dabei sehr, sehr spannend oder sehr, sehr, ähm, ja, ja, viel dazu beiträgt natürlich ist halt, ähm, dass, dass man selbst in Zeiten von Corona, wo ja Businessreisen und, ähm, Kurzzeitreisen oder allgemein ja Menschenkontakt ja ziemlich schwierig ist und, und ja, ähm, nicht, nicht sehr, sehr einfach ist, ähm, selbst da sind ja Margen möglich, die man sonst bei der Normalvermietung ja bei weitem nicht erzielen kann, äh, und daher haben wir gesagt, wir machen einfach mal so ein, ähm, so ein Test, wie er sich halt angeboten hatte, äh, und genau deswegen, ja, ähm, sitzt wir jetzt eigentlich hier. Ja, genau, ähm, wir können ja mal anteasern oder verraten, ähm, was es mit dieser Folge hier auf sich hat, ähm, Christian und ich, wir haben vor, euch da Schritt für Schritt mitzunehmen, damit ihr einfach mal seht, wie sowas von der Idee der Entstehung, ähm, bis hin zur Umsetzung und Aktivierung, dann funktioniert und da haben wir uns überlegt, wir machen verschiedene Videos, ähm, zu den verschiedenen Aspekten. Wir machen jetzt das Auftaktvideo, wo wir euch über die Idee informieren, dann machen wir ein Video, ähm, wie die Wohnung im Ist-Zustand jetzt aussieht, wie sie im Soll-Zustand sein sollte, machen ein Wohnkonzept fertig, also das mache ich fertig, für die Kurzzeitvermietung optimiert und dann, ähm, genau, nehmen wir euch auf den Prozess mit, ähm, mit bis hin zur Inseratsaktivierung und Online-Stellung und dann natürlich, äh, in, ja, müssen wir mal gucken, in welchen Abständen sich das lohnt, wahrscheinlich, ähm, vierteljährlich oder halbjährlich, ähm, mal ein kleines Zahlen-Daten-Fakten- Video mit Zahlen auf den Tisch legen und, ja, mal schauen, wie sich das bei uns umgesetzt hat, ähm, vom ersten Gespräch mit dir bis, ähm, hin zur Podcast-Aufnahme bis hin zu heute hat sich ja doch einiges nochmal verändert, wir hatten in der Podcast-Folge, ähm, spontan überlegt, ob wir das auf Provision machen, ähm, also dass du keine Festmiete bekommst, sondern, ähm, immer halt, ne, erfolgsvergütet wirst sozusagen und ich meine Provision daraus ziehe, sind jetzt aber mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen, für die Buchhaltung ist es am einfachsten Festbetrag zu nehmen, der höher angesiedelt ist, dass du auch was davon hast und wir dann schauen nach einem halben Jahr, okay, wie ist das Resümee, können wir da, müssen wir was anpassen, können wir noch ein Stückchen höher gehen, das ist für uns beide lukrativ und macht das Spaß und, ähm, genau, dann einfach drauf schauen, ähm, bauen wir das sukzessive aus, ähm, dass wir zwei, drei, vier, fünf mehr Projekte in Angriff nehmen, vielleicht traust du dich als Eigentümer dann auch mal raus aus dem Ruhrgebiet, ähm, oder Rheinland, äh, so rum, ähm, und, und hast Bock auf Spanien, Kroatien, äh, Thailand und Timbuktu? Ja, das ist alles Spiritualität, alles, was, was, äh, so weit weg ist, ist, ist ja überhaupt nicht meins erst mal, also ich bin ja da der klassische Investor, Kapitalanleger, der, der ja am besten direkten Zuhörer, ob er seine Objekte hat, äh, in der Nähe ist, ähm, und so weiter, deswegen, also, ähm, das fand ich ja auch, das hat mich auch, ähm, echt geflasht, äh, als ich in eurem Podcast gehört hab, wo und wie er das Ganze halt, äh, ja, macht, dass das ist für mich momentan nicht wirklich vorstellbar. Erinnerst du dich noch an unser Telefongespräch, wo du mir gesagt hast, ähm, ähm, alles, wovor man keine Angst hat, ist keine Aufgabe, keine Herausforderung? Ja, ich glaube, ja, richtig, das ist so, und, äh, ich kann mir, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, äh, also für mich ist es ja jetzt gerade auch absoluter Nervenkitzel, äh, die Wohnung ab morgen gehört mir eine Wohnung in Thailand, ähm, zumindest für die Verwaltung, äh, da ist das Inserat ab, da ist das aktiv geschalten, und ich bin echt gespannt, wo da die Reise hingeht, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, das ist ja alles nicht ganz so übersichtlich, ähm, würde aber denken, ähm, ja, dass es eine sehr, sehr schöne Herausforderung ist und auch meine Expertise in diesem Bereich so ein bisschen stärkt. Ich meine, mein Podcast Kollege Thomas ist ja schon in Malaysia unterwegs. Cool. Und, ähm, daher, ähm, ja, bin ich echt, äh, gespannt, äh, was da auch passiert, aber bin tatsächlich auch sehr, sehr auf Essen gespannt. Einfach aus dem Aspekt heraus, dass das, äh, ja, eine coole Nummer ist, denke ich mal, ne, so einfach mal so ein Projekt, äh, zu machen und das live auch mit zu verfolgen. Das machen ja wenige. Also, die wenigsten Eigentümer haben ja tatsächlich auch YouTube-Kanäle oder sonst irgendwie eine Präsenz dahingehend. Sag Facebook. Ja, äh, Facebook in Facebook-Profil. Ähm, genau, deswegen, ähm, vielleicht dahingehend einfach, äh, eine ganz coole Sache auch für Leute, die jetzt vielleicht noch Bedenken haben, wie du das hattest, oder ein bisschen Skrupel, ob diese Geschäftsidee oder das Modell, ähm, auch für sie in Frage kommt. Und ich, ähm, kenne ja auch unsere Zuhörenden, die haben immer total Bock auf, äh, so einen Zahlen-, Daten-, Fakten-basierten Punkt und sind immer ganz neugierig, wenn es auch um unsere privaten Zahlen geht. Von daher, ähm, ja, bin ich echt gespannt, ähm, wo da die Reise hingeht und wie wir, ähm, da, ja, was wir Erfahrungen sammeln, sag ich mal so in Essen, weil bin ich ja auch noch nicht vertreten, muss man ja sagen. Vielleicht für die jetzt, äh, zuhören, schauen oder live dabei sind. Ich, äh, selber komme aus Leipzig. Ähm, Christian und ich, wir kennen uns tatsächlich auch nur übers Internet und, ähm, genau, machen das Ganze jetzt remote. Ich fahre natürlich hin, ähm, für das ein oder andere Video, beziehungsweise dann auch für die Möblierung und das Feintuning und auch, um einfach mal die Umgebung kennenzulernen, um die Beschreibungstexte besser zu verfassen. Aber tatsächlich läuft ansonsten alles von zu Hause aus. Ja. Ja, und das ist echt schon beeindruckend. Also, ich meine, dass man ja zu Hause und remote arbeitet, ist ja auch jetzt durch Corona, ähm, bis, bis, ich sag mal, Februar, März, April diesen Jahres war es ja normal, dass ja jeder, äh, ganz normal, äh, im Büro arbeitet und auf einmal war ja Homeoffice, vor jetzt auch gleich. Es hat funktioniert und jetzt ist es halt üblich, wie jetzt, dass wir halt in so einem Zoom-Meeting oder so, in so einem Teams, ist ja egal, welches Mädchen du nimmst, dazu nimmst und, na, das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches mehr. Aber ich finde trotzdem, das ist ein Unterschied, ob jetzt mich jemand unterhältst, Interview machst oder jetzt einfach irgendwelche Projekte besprichst und planst, das ist ja, wie gesagt, heutzutage, das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches mehr. Ähm, aber, dass du noch Objekt, ähm, in der Entfernung managst, wo du ja keinen Zugang drauf hast, du kannst nicht gucken, du kannst, wenn was ist, nicht vorbeigehen, du bist also wirklich, ähm, sehr, sehr weit vom Schuss weg, teilweise im anderen Land oder am anderen Kontinent, das ist, äh, schon, äh, ja, das ist schon eine gute, gute, Herangehensweise, finde ich ja immer echt klasse. Ähm, genau, und bei uns hat sich jetzt so ergeben, wir haben jetzt vielleicht gerade, ähm, ein so ein kleines Apartment, was jetzt gerade frei geworden ist, ähm, 26 Quadrat ist es groß, äh, ein Zimmer mit Balkon, äh, und das, das ist jetzt genau so ein Objekt, wo man einfach sagen kann, ähm, damit kann man gut starten, oder man kann einfach mit so einem Testballon quasi einmal, ähm, so einen Testlauf machen, ähm, und dementsprechend einfach mal schauen. Ähm, und unsere Idee ist dabei folgendes, das ist jetzt quasi das Kick-Off dazu, das heißt, so, das ist einmal, wo wir sagen, wir starten damit, wir werden jetzt das Objekt einmal komplett im Zustand jetzt einmal kurz abfilmen, dass du also einmal siehst, äh, wo stehen wir, wo ist die Ausgangssituation, also was haben wir vorliegen? Dann, wie Kevin schon sagte, ähm, wir, ähm, ähm, werden das Objekt halt vollmobiert vermieten, das heißt, also das nächste wird natürlich sein, okay, was brauche ich alles? Ähm, ähm, was wir schon gesehen haben, wir haben, ähm, 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 vielleicht noch dazu kurz zwei Sätze, äh, zum Mietverhältnis, ähm, heute ist der 30.11., ähm, das Mietverhältnis ist gekündigt, ähm, ähm, der Mieter, ähm, ist zum 1.12. raus, also sprich, zum 1.1. können wir das Objekt, ähm, komplett nutzen, ähm, wir haben aber schon einen Schlüssel, glaube ich, dazu, da heißt, also wir können, äh, rein und es ist, glaube ich, auch schon das meiste geräumt. Auf jeden Fall können wir so weit rein, dass wir schon mal planen können, vielleicht ein Aufmaß machen können, ähm, ähm, vielleicht schon mal überlegen können, wie die Einrichtung aussehen könnte, ähm, ähm, Farbkonzept, ein Stichwort, was Kevin immer, äh, noch gerne dazu nutzt, weil das muss ja auch immer noch ein bisschen fresh und ein bisschen, ähm, ähm, ja, ähm, ich sag mal, herausstechen oder passend sein, ähm, ne, das hat man zu Hause ja auch, ne, kennt ja jeder, dass, dass die Frau auch selbst die Couch bezieht, ähm, nach, nach Farbe auch wieder weiter oder Bilder, also, dass das Ganze halt so ein bisschen, äh, rund ist und wir würden jetzt quasi die Zeit dann dazu nutzen, dass man das Ganze vorbereitet, was wir auch noch gesehen haben, ist, ähm, wir haben unseren Marken an der Vorabnahme gemacht, ähm, da ist ein Boden drin, ähm, wie sagtest du, Kevin, was ist das, Schlachthaus oder wie sagtest du, was ist das? Ja, es hat, es hat tatsächlich so ein Schlachthaus-Feeling, ja, ja, so halt so ein, so ein super leicht zu reinigender Boden, ich glaube, man kennt das halt so typisch aus, ja, äh, Oldschool-Bürogebäuden, Schulgebäuden, ähm, ähm, ja, halt so ein ganz einfacher PVC mit, aber mit so Noppen, also nochmal der, äh, Next-Level, Next-Level-Reiniger-Boden. Genau, also sehr, sehr praktisch, direkt im Kärcher durchgehen, nachdem, äh, äh, ich glaube, ich hatte damals im Gespräch gesagt, es ist auch ein guter, äh, Fetisch, äh, Fetisch-Boden, ähm, einmal, da muss man die Teichfolie nicht auslegen, wenn die Peppi-Spiele losgehen. Auf jeden Fall, äh, eine Marktlücke, die man vielleicht nochmal, äh, irgendwie durchgucken kann, aber wir wollen ja erstmal Mainstream gehen, ähm, die, die Spezialisierung kommt vielleicht noch später, ähm, genau, also alles selber auf jeden Fall mal begleiten dabei. Ja, wir werden eine Einkaufsliste machen mit, mit den, ähm, Gegenständen und mit den Möbeln, die wir halt dazu brauchen. Ähm, dann müssten die Arbeiten durchgeführt, also sprich, das, ähm, das muss ja alles aufgebaut werden, muss alles, äh, bestückt werden. Parallel ist natürlich das Thema natürlich, äh, wie du schon hattest, ZDF, ne, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, wir werden komplett, ähm, wir haben uns dazu committed, ähm, wir werden alle Zahlen offenlegen. Das heißt also, wir werden von vornherein offenlegen, was zahlt der Mieter aktuell, ne, also was ist die aktuelle Miete? Ähm, dann ist, äh, der zweite Punkt dabei, wenn wir das Objekt Objekt regulär als normaler Objekt vermieten würden, also sprich, so man es kennt, es ist einfach ein Stück nackte Wohnfläche, die man vermietet an einem Mieter, äh, ohne Möbel, ohne alles, dann wäre also die Rechnung, was würden wir dann als Miete, äh, ansetzen? Wir haben übrigens das Objekt auch noch bei ImmoScout Online, wir werden das, äh, das Inserat nochmal als PDF nochmal speichern, äh, und auch nochmal quasi mit da reinpacken, dass man auch sieht, äh, wie wir das gerade halt vermarktet hätten, oder welche Preise wir halt halt als Erziehbar angesehen hätten, ähm, so, und dann natürlich halt der dritte Punkt dabei, welchen Ertrag werden wir nachher erzielen, wenn das in die Kurzzeitmiete überführt ist und das quasi dann bei Calvin in der Verwaltung, ähm, quasi für seine Kurzzeitmieten drin ist, wie es da ist. Da gibt's noch eine Besonderheit, äh, wie Calvin schon gerade kurz angeteasert hatte, du hast mehrere Möglichkeiten, wie du diese Vermietung machst, äh, und zwar kannst du hingehen und sagen, ähm, ich halt hänge mit am Umsatz dran, das heißt also, ich hab quasi, äh, wenn der, äh, wenn das Objekt viel vermietet ist, hab ich eine höhere Mieterträge und ich kriege auch mehr Miete, oder man kann einfach sagen, ich hab einen gewissen Sockelbetrag und bei dem glaub ich erstmal konstant. Bei uns ist das so, ähm, oder bei, bei den meisten ist es halt so, wir haben eine Software, mit der wir halt unsere Mieteingänge überprüfen und auch verbuchen. Das heißt also, ich hab immer eine sogenannte Sollstellung. Äh, ich geh immer einen Monat hin und meine Software sagt, okay, ich erwarte für dieses Objekt eine Mieteinnahme, Kaltmiete 300, Heizkostveranstaltung 50 Euro, Betriebskostveranstaltung 50 Euro nochmal. Das heißt also, 400 Euro erwartet der Monat. Und dann prüft er, hab ich diesen Eingang auf dem Konto und wenn ja, buche ich es gegen, am besten maschinell und dann sagt er, okay, Konto ist ausgeglichen. Ähm, andere Beispiel ist, wenn es nicht ausgeglichen wäre, spuckt er am 10. eine Mahnung automatisch raus, wo er sagt, okay, der Mieter muss was nachzahlen. Ähm, so. Jetzt ist natürlich das Problem, also Problem in Anführungsstrichen, ist ein Luxusproblem, wenn du halt Variable Mieten hast. Dann ist es bei uns zum Beispiel schwierig darstellbar, weil das unsere Software halt nicht versteht. Die versteht nicht, dass ich sagen kann, ich hab einen Sockelbetrag, aber der Betrag darüber ist auch in Ordnung. Ähm, ne, das ist also für uns vom Handling her aufwendiger. Äh, das mag sicher anders sein, wenn man das alles vielleicht, äh, per Hand bucht oder mit Excel-Tabellen arbeitet und ähnliches dabei. Aber wir haben ja eine Hausverwaltung, wir haben da irgendeine ERP-Software, die das Ganze managt. Und natürlich setzen wir auch für unsere Einobjekte das Ganze ein. Äh, von daher haben wir uns dazu entschieden, äh, oder ich hab mich dazu entschieden, dass wir das Ganze so machen, dass wir sagen, wir machen einen fixen Betrag an Miete. Ähm, und den lassen wir erstmal für eine Zeit lang laufen. Äh, wenn der Kevin gut wirtschaftet, ist es sein Glück, ne, dann hat er mehr Erträge. Ähm, aber das ist halt für mich einfach zu managen dabei. Ähm, die Zahlen, wie gesagt, wir werden die komplett, ähm, offenlegen. Das heißt, du wirst alle, äh, Einnahmen, Ausgaben, selbst wenn ein, weiß nicht was, ein Gegenstand kaputt geht und nachgekauft werden muss und so weiter. Wir werden da quasi Bucht drüber führen. Ähm, und, ähm, alles, soweit es geht und soweit es zulässig ist, ähm, also wenn wir nicht irgendwie Datenschutzverstöße haben, wenn ich jetzt dabei, werden wir alles 100% transparent darstellen. Er hat inklusive aller monetären Ein- und Ausgaben. Ja, genau. Und dann, äh, Resümee ziehen. Irgendwann. Wenn es Sinn macht, wenn genug Daten da sind, um mal einen Rundumschlag zu machen. Das ist ja auch tatsächlich eine sehr spannende Zeit. Auch für alle die, ähm, die jetzt vielleicht hier, äh, reinhören oder mal vorbeikommen und sagen, oh, was ist das? Das hat mich auch schon immer interessiert. Aber die Zeit ist ja gerade unglaublich ungünstig für sowas. Ähm, ich finde eher im Gegenteil, weil, ähm, jetzt habe ich die Zeit, mich bei dir, äh, Christian zum Beispiel, äh, zu beweisen, indem ich sage, guck mal, wir haben gerade eine echt beschissene Zeit. Ich kriege aber trotzdem das Doppelte der Miete und abzüglich von, äh, Initialkosten oder Provision oder so bleibt immer noch im Schnitt viel mehr über bei dir, ähm, als Eigentümer. Ja, dass dann jeder danach, äh, einen Raketenstart weiß, äh, ja, wenn ein Impfstoff da ist, wenn Corona überstanden ist und das alles keine große Rolle mehr spielt in unserem Leben, dann läuft es am Ende wie vorher im Business, ähm, ruckellos, äh, fehlerfrei und, ähm, da ist dann halt eine gewisse Rendite auf jeden Fall schon mal gesichert, weil man kann sagen, okay, hier, ähm, schlimmst anzunehmenden, ähm, Zustand, äh, Reisewarnungen, ähm, Tourismusverbot, äh, pp, hat es trotzdem funktioniert und jetzt ist alles wieder offen, da kann es nur funktionieren. Das ist ja so ein bisschen auch das Problem, was die, ähm, ja, ähm, die Leute vielleicht damals hatten, dass es immer so nach einem todsicheren Plan klang und keiner vielleicht was dagegen sagen konnte, weil er sagen konnte, ja, ähm, es gibt ja keine Krise, ne, so, es gab ja nichts. Aber jetzt hat man Referenzwerte, jetzt kann man sagen, okay, guck dir die Zahlen aus dem März an, aus dem April und, äh, Mai, die Zahlen waren, äh, im Vergleich natürlich ernüchternd, aber, ähm, als Resümee für den Eigentümer trotzdem noch, wäre da noch was hängen geblieben, was deutlich mehr gewesen wäre als, ähm, in der konventionellen Vermietung und das ist natürlich auch ein Vorteil, den man hat, äh, an einer Stelle wie mir, ähm, dass man, dass man solche Referenzwerte zeigen kann, ne, selbst in Krisensituationen und in schlimmen, äh, Zeiten, vermeintlich schlimmen Zeiten, funktioniert das Ganze trotzdem so, dass es, äh, Gewinn abwirft und Lächeln in die Gesichter zaubert, ähm, wenn auch das Lächeln in anderen Zeiten möglicherweise größer wäre, aber das ist ja immer ein Luxusproblem, ne, also aus einem Lächeln ein Lachen zu machen, ähm, das kriegen wir, denke ich, definitiv hin, wenn der Impfstoff da ist, ähm, und jetzt zaubern wir erst mal das Lächeln und das Glänzen in die Augen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, absolut, absolut und wenn das, äh, Projekt wirklich auch, äh, wie du schon sagtest, zu Zeiten, wo Corona, ähm, das Thema ist und, äh, Reisebeschränkungen, ähm, Kurzzeit, äh, also, äh, Aufenthalte total eingeschränkt sind und, ähm, ja, Kontakte allgemein ja, äh, soweit wie möglich zurückgefahren sind, ähm, ähm, bei uns hier im Ruhrgebiet, ähm, also, es ist ja so, dass, ähm, die, die, die Infektionszahlen halt enorm hoch sind, ähm, die haben jetzt die Ferien vorgezogen, um drei Tage verlängert oder zwei Tage, weiß ich gar nicht genau, ähm, Kindergarten macht früher zu, ähm, also, wenn es in solchen Zeiten funktioniert, dann muss man überlegen, was kann da echt für ein Riesen-Megamarkt dahinter sein, wenn es mal wieder normale Zeiten, also keine Corona-Zeiten gibt. Das muss man eigentlich mal überlegen, also, wer hat dann nur jetzt schon gesagt, man kommt jetzt schon auf den Plus, wer hat wohlgemerkt mit diversen Auflagen und Beschränkungen, äh, und sehr, sehr defensiven und zurückhaltenden, ähm, Reisebereitschaft der, der Leute, ähm, dann ist natürlich die Frage, wer hat, wie kann sowas aussehen, wenn ich, ähm, wie gesagt, ähm, alles aufgehoben habe, ne, wenn Corona wirklich mal, irgendwann mal weg ist und wenn es wirklich wirklich mal einen In-Stoff gibt oder wenn man einfach durch ist, ähm, ähm, wie auch immer, ähm, was dann für Möglichkeiten bestehen würde, das ist natürlich halt dann, ähm, kaum vorstellbar. Definitiv, und das ist halt, ähm, tatsächlich auch, ähm, also, ich muss sagen, ich finde es ganz gut, ähm, dass man jetzt mal wachgerüttelt wurde, weil das bedeutet nämlich tatsächlich auch, ähm, eine kleine Aussiebung vom Markt, ähm, also, alle die Leute, die nicht gut, ähm, ja, keine tollen Gastgeber waren, ähm, überlegen sich jetzt viermal, ob die Leidenschaft so groß war dahinter, dass sie dranbleiben, das bedeutet also, der Markt wird ein bisschen sauber gespült, sage ich mal, ein bisschen geklärt und, ähm, man hat gleichzeitig, ähm, auch diese Gewissheit, es kann nichts mehr kommen, was schlimmer ist, ne, also, dass wir haben jetzt gerade, äh, die schlimmsten Voraussetzungen für Reisende, für Tourismus, für Kurzzeitvermietung, ähm, jetzt mal abgesehen von einem Atomkrieg oder so oder von Krieg, ähm, ähm, aber so, so viel, viel mehr kann nicht mehr kommen, ähm, an Beschränkungen und an, ähm, ja, disziplinarischen Maßnahmen, sage ich mal, dass es tatsächlich ja doch eine ganz spannende Kiste ist und ich freue mich extrem auch auf die Zeit danach, ähm, weil einfach, ähm, ja, das ganze Business dadurch auch ein bisschen aufgewertet ist, ne, also, weil sich gute Inserate gehalten haben, bewährt haben, andere Leute wieder investiert haben, um, um mitzuhalten, ähm, ähm, und man dann einen anderen Wettkampf führt als jetzt. Also, jetzt hat man eine ganz, ganz große Masse an, ähm, VermieterInnen der Kurzzeitvermietung und, ähm, die Masse wird kleiner und qualitativ hochwertiger und man, man geht allgemein so eine Stufe nach oben und das ist ja am Ende auch nur positiv für jeden, der auf Reisen geht. und, ähm, ähm, genau, ich bin gespannt, was passieren wird, ähm, wie die Zeiten sich, äh, ja, was, was so passiert, wann die Messen wieder losgehen, das ist ja auch in Essen ein spannendes Thema, ähm, in Leipzig auch ein hochspannendes Thema mit Messen zu vermieten, jetzt ohne Messen auch schon spannend, aber, ähm, ich glaube, da wartet noch ganz viel auf uns in Zukunft und wir gucken mal, vielleicht, äh, bewährt sich Essen als gut und es bleibt im Portfolio und wir schauen, was wir daraus machen. Genau. Was heißt, hier bewährt sich Essen als gut? Also, Essen war schon immer für allen Marktführer und für alles immer der Leader schlecht. Wir haben in Essen, haben wir von den 30 DAX-Konzernen, glaube ich, acht oder neun haben hier einen Hauptsitz in Essen, lieber Calvin, also. Aber das sind doch alles diese Unternehmen. Dann ist es Essen, das ist ja wohl ganz klar und das Ruhrgebiet, das ist, man nennt das einfach so, es ist Essen, ist quasi so der, der Kopf, der, 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 das Herz und das drumherum, Düsseldorf, Dortmund, das ist, das ist quasi unser, unser Einzugsgebiet, unser, unser Parkplatz, ne, das ist also da, wo man halt sagt, okay, da kann man auch mal was hinpacken, weil sonst wird es zu eng in Essen, ne, aber, also, klar, das ist gar keine Frage, also, wenn es irgendwo funktioniert, oder wenn alles irgendwo funktioniert, dann kann es nur hier sein, ne, das ist, glaube ich, ja. Ja, da brauchen wir gar keine Gedanken dran verschwenden, weil das wäre einfach unnütze Zeit. Wir können lieber die Zeit in andere Sachen reinstecken, weil wir haben einiges vor uns zu planen noch, ne? Ich freue mich jetzt umso mehr zu hören, wenn so viele DAX-Unternehmen am Start sind, dass endlich mal diese, ja, konservative Szene aufgebrochen wird und eine 10x-DNA Einzug hält in Essen. Und mal gucken, ob wir aus acht DAX-Unternehmen acht Weltmarktführer machen können. Genau, da werden wir dran arbeiten. Da haben wir was vor uns. Kevin, was sind unsere Next Steps? Vielleicht einmal kurz abgerissen, was haben wir jetzt zu tun? Du bist ja der Fachmann dafür. Wie gehen wir vor? Also, ich würde sagen, das ist ja das Auftakt-Video, so ein bisschen das Warmwerden-Video. Das wird wahrscheinlich auch nach dem Live noch ein bisschen straffer zusammengekürzt, dass es auch für die Leute spannend ist, die sich das Video reinziehen am Ende. Ja, ich würde sagen, wir starten nach diesem Auftakt definitiv mit einer virtuellen Möblierung, dass wir uns mal den Zustand angucken, wie er jetzt ist. Da machst du ja ein separates Video, dass du mal durchgehst und mal zeigst, wie es jetzt gerade aussieht. Wir sehen das Immo-Scout-Angebot. Und dann würde ich in die virtuelle Möblierung gehen, so ein bisschen den Boden ändern, das Farbkonzept einbringen, die essentiellen Möblierungen festlegen. Wir werden gemeinsam in die Abstimmung gehen, was sinnvoll ist und was nicht. Ich werde wahrscheinlich auch dann mal nach Essen kommen, hoffentlich. Kriegen wir das organisiert und auch genau dann vor Ort einfach mal schauen, wie die Lichtverhältnisse sind, die Eindrücke und so. Das muss man ja alles auch mal vor Ort live sehen. Und ja, dann geht es eigentlich schon in die Bestellung von den Sachen. Wir werden dann wahrscheinlich einen Kostenrahmen festlegen. Das könnten wir ja auch als Video mal zeigen. Von der virtuellen Möblierung zur Möblierung, zum Bestellprozess. Und da auch mit den Zahlen ganz offen umgehen. Wir haben jetzt noch nicht ganz besprochen, wie wir das lösen mit den Videofolgen, mit der Miniserie. Ob wir drei Folgen auf dem Kanal aufnehmen und drei Folgen auf dem Kanal. Weil zum Beispiel bei uns, die Follower, interessieren sich ja eher weniger für Sanierung oder Renovierung. Und Instandhaltung, das ist ja dann auch eher dein Part. Und auf der anderen Seite interessieren sich bei uns aber ja auch ganz viele, wie macht man so ein Farbkonzept? Wie macht man eine Möblierung? Was funktioniert mit der virtuellen Möblierung? Und wie gehen diese Schritte so, dass man da vielleicht so hin und her switcht? Da schauen wir einfach mal, wie wir uns da organisieren. Und dann würde ich aber auch schon denken, wenn wir zum 1.1. vermieten können, dass wir uns dieses straffe Ziel vielleicht auch einfach setzen. Dass wir jetzt noch 30 Tage haben, abzüglich von Weihnachten und Feiertagen noch ein bisschen weniger. Und dann aber in der ersten Januarwoche in die Umsetzung gehen können, ins Starten. Ich bin am 1. Januarwochenende eh in Bonn und das ist ja gar nicht ganz so weit weg. Und dann würde ich mich da auch mal auf den Weg nach Essen machen, dass man da auf jeden Fall dann auch die Inserate so schnell wie möglich hochpeitscht. Weil das ist ja das am Ende, was auch das Ziel ist, die Mieteinnahmen ab dem Moment zu generieren, wo halt die Miete anfällt. Und dann werden wir mal sehen, genau, wie wir den Prozess komplett begleiten können, wie wir das am effektivsten gestalten. Ich würde sagen, nächstes Step ist erstmal der Rohzustand jetzt, der heutige Zustand und der Sollzustand von mir als Konzeption. Und dann die Umsetzung davon Schritt für Schritt zu begleiten. Und entweder machen wir das wieder über ein Live oder wir machen das Face-to-Face in Live sozusagen vor der Kamera. Gucken wir einfach. Ich denke mal, wir finden da eine smarte Lösung. Ich finde es ganz lustig. Ich beobachte parallel hier immer mal den verzögerten Livestream und gucke, wie viele Leute uns zugucken. Und es sind immer so zwischen zwei und fünf. Also wir haben eine Einschaltquote. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben auch coole Kommentare, sehe ich auch da drunter. Ja, du hast einen coolen Kommentar. Du bist die beste Verwaltung halt, ne? Ja. Und jo moin. Genau. Nee, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall straffen Plan. Das ist richtig. Wir wollen unbedingt ja gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen strukturiert aufbauen, weil der Gedanke dabei ist ja einfach, dass du vielleicht da zum einen für dich sehen kannst, ist es eine Sache, die für mich auch spannend ist. Und wenn es für dich spannend ist, dann hast du nachher so einen Baukasten, wo du sagen kannst, okay, ich habe quasi ja nicht direkt eine 1 zu 1 Anleitung, aber es ist schon quasi eine Blaupause, wo du einfach sagen kannst, ich brauche das, das, das. Dann muss ich das tun, dann muss ich das tun und dann mache ich das. Also von daher ist es vielleicht auch so ein Thema, wo man vielleicht durchaus darauf eingehen kann. Dann noch mal kurz der Hinweis. Wir haben das Thema, dass wir bestimmt bei vielen Sachen schnell sein werden. Es ist halt so, der Kelvin hat natürlich ein gewisses Niveau, was er voraussetzt, was man am Wissen hat. Das habe ich vielleicht auch bei bestimmten Themen. Wenn du also ein Thema hast, wo du sagst, der Punkt war mir nicht ganz klar oder da war was, aber das habe ich nicht verstanden oder sowas, ne? Unbedingt gerne das in die Kommentare reinschreiben. Und sowohl beim Kevin als auch bei mir, es ist so, dass wir alle Kommentare lesen und werden wir jetzt wirklich sehen, dass das ein Punkt ist, wo das auch Sinn macht, aber nochmal irgendwie eine Sonderfolge zu machen oder vielleicht das dann feststellen, ja, da hast du komplett recht. Man ist ja ab und zu so Betriebsbild, man hat ja ab und zu ja, den Wald voller Bäume sieht man halt nicht, dass man einfach sagt, ach klar, natürlich, das muss jemand erstmal erklären. Da muss vielleicht mal zwei Schritte zurückgehen, vielleicht mal von Grundsatz her was erklären. Also da schon mal vorab, wenn da sowas passieren sollte, bitte unbedingt Kommentare nutzen. Dann kann entweder passieren, dass dir jemand schon das an den Kommentaren selber beantwortet. Wenn nicht, wir würden auch nochmal eingehen. Im nächsten Video machen wir vielleicht auch vielleicht so eine kleine Q&A-Folge oder was mit da rein, wo wir sagen, okay, aus dem letzten Video sind die und die Fragen sind aufgetaucht. Dann müssen wir dazu vielleicht nochmal klar oder stellen oder vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen zwei Sätze dazu extra nochmal ausholen. Oder wenn es natürlich ein Thema geben wird, was enorm viel Nachfrage hat, dann machen wir auch einen extra Teil dafür. Also da sind wir komplett flexibel. Wichtig ist nur, das musst du uns sagen. Also wenn du nicht fragst, werden wir nicht wissen, welche Fragen du hast. Von daher in die Kommentare unbedingt rein. Wir lesen alle Kommentare und wie gesagt, wir beantworten gerne dann halt nach Bedarf. Also je nachdem, wie es gerade dann am besten passt. Genau, so ist es ja auch mit den Podcast-Folgen. Also ihr hört jetzt ja bei uns eventuell zwei Teile, bei Christian drei Teile und gerne da auch alles sezieren. Wenn ihr da Fragen habt, dann gucken wir, dass wir das zusammen sammeln und dann da tatsächlich uns auch mal hinsetzen und diese Fragen nochmal eingehender beantworten. Manches ist vielleicht auch einfach visuell besser abbildbar, dass man sich dann auch wirklich wieder hier in einem Zoom trifft oder live trifft und dann halt mal eine Bildschirmteilung macht und das nochmal genauer zeigen kann. Bei Bedarf oder wir gucken, was wir für eine andere Lösung finden. Aber scheut euch nicht. Auf jeden Fall auch in so einem Live-Format oder so einfach eure Fragen reinhauen. Ich habe es immer nebenbei offen. Ich schaue dann rein, wenn da eine wichtige Frage kommt. Wird hier auf jeden Fall berücksichtigt. Genau. Wer sich nicht traut, lernt auch nichts. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das war früher schon in der Sesamstraße so. Absolut. Und es ist immer noch so und das wird wahrscheinlich auch noch lange Bestand halten, auch nach Corona und nach Airbnb-Gos Essen. Mit absoluter Sicherheit. Genau. Kevin, zurück zur Arbeit. Also, ich habe notiert. Ich mache ein Rundgangsvideo. Das heißt, also ich filme einmal kurz die Butze ab. Ich sage dazu extra Butze, weil es sind 26 Quadratmeter, also das ist nicht viel zu filmen. Aber das ist auf jeden Fall dann, ihr quasi einmal sehen könnt, Kelvins Lieblingsboden. Einmal wisst, was hat der Kelvin da für seine Fetische und seine Fable dafür. Das Zweite ist der Allgemeinzustand. Also das heißt, welche Kondition hat das Ding? Also was müssen wir tun? Dann können wir vielleicht am Montag entscheiden, was würden wir tun, wenn wir es nur regulär normal vermieten? Also die reguläre normale Vermietung und was tun wir, wenn wir damit in die Kurzzeitmiete gehen? Vielleicht gibt es da auch ein Gap dabei, dass man vielleicht sagt, da muss man vielleicht ein bisschen anders dran gehen, vielleicht mehr oder auch weniger. Das weiß ich nicht, das wollen wir nochmal besprechen. Das Scout-Inserat, also das Objekt ist bei uns momentan inseriert. Das ist, glaube ich, bei uns auf der Webseite und auch bei imoscout24.de. Ich werde das auf jeden Fall, bevor wir es rausnehmen, weil es ist ja nicht mehr für die reguläre Vermietung zur Verfügung. Wir haben es ja uns committet, dass wir das mit dem Projekt starten. Das heißt also, wir würden es nicht mehr so vermieten. Wir sichern das einmal, dass das für euch nochmal irgendwie nachvollziehbar ist, wie wir es wirklich eins zu eins wirklich im Real Life das Ganze anmieten können, wenn du schnell gewesen wärst. So, danach habe ich als dritten Punkt noch dabei die aktuellen Zahlen, Calvin. Das heißt, wenn wir vielleicht mal hingehen und sagen, okay, momentan aktuelles Mietverhältnis besteht noch. Was sehen denn die kalten Mieten, Betriebskosten, Vorauszahlungen? Also was habe ich momentan? Realeinnahmen, Stand jetzt, also aktuelle Vermietung. Ich würde auch rausgucken, der Vertrag läuft schon länger. Also wann Mietbeginn war, was das für ein Schritt ist und so weiter, dass man vielleicht mal so gucken kann, wo stehen wir jetzt aktuell bei den Kalteinnahmen? Oder allgemein können wir ja, Brutto und Netto können wir ja mit aufführen, muss ja nicht immer die Kaltmiete nur sein. Aber Kaltmiete ist natürlich immer der Faktor, der ja spannend ist, weil das ist ja mein persönliches Geld als andere. In Betriebskosten ist es ja nur eine durchleidende Position, die ich ja nur durchreiche. Das würde ich auf jeden Fall, also die drei Punkte habe ich mal mit aufgenommen. Das, glaube ich, wären drei spannende Themen für die nächste Folge. Definitiv, da würde ich auch sagen, das ist tatsächlich auch eher deine Zielgruppe. Sehr spannende Folge, also würde ich auch gerne reinhören als Zuhörende, einfach um da mal ein Gefühl zufühlen zu bekommen, weil das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht betrifft. Wir haben natürlich auch in dieser Art Ausdrucksform eine Kalt- und eine Warmmiete für uns, also mit allen Abos und Rechnungen, die bei uns noch obendrauf fallen, die durchlaufenden Posten und dann, was am Ende als Cashflow übrig bleibt. Das ist ja bei euch ähnlich. Was ist eure Jahresrendite, eure Mietrendite, euer Cashflow, den ihr direkt Cash in die Tash bekommt. Genau. Und das ist bestimmt auch ein spannender Vergleich. Also gerne auch mal den alten Vertrag rausholen und gucken, was es an Jahres-Cashflow gab. So, was ihr im Jahr dann verdient habt damit. Und ich gehe jetzt schon die Wette ein, dass das verdoppeln wir definitiv. Wenn nicht verdreifachen. Aber da will ich jetzt nicht zu viel rausholen, weil dann müssen wir erst mal gucken, wie das war, was am Ende denn alles abzüglich übrig geblieben ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so 40 bis 50 Euro im Monat sind, wenn es riecht. Nee, wahrscheinlich ist das schon zu viel, oder? Bei so einem kleinen Objekt. Du, keine Ahnung. Ich kann ja mal kurz schauen, ob ich das kriege. Nee, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Das ist doch spannend. Da bin ich auch getriggert. Dann will ich dich ganz schnell wiedersehen. Wir sind ja auch sowieso ja spontan, gar keine Frage. Ich würde es vielleicht auch rausfinden jetzt innerhalb von zwei Minuten. Aber nein, das ist nicht unser Anspruch, lieber Kelvin. Unser Anspruch ist, dass wir das schön vorbereiten, dass ihr hier richtig geiles Zahlenwerk von uns kriegt, dass wir hier richtig einen raushauen und die einfach nur sagen, boah, das ist ein gemachtes Nest. Da gucke ich doch gerne zu. Und daher, weil das unser Anspruch ist und weil wir natürlich auch so Typen sind, die sowas liefern, deswegen kriegt ihr in der nächsten Folge. Und da ist das nächste Stichwort, Kelvin. Nächste Folge. Wir haben gerade kurz, bevor wir gerade live gegangen sind, überlegt, ob wir daraus nicht quasi so einen festen, so ähnlich wie beim Fernsehen, so einen festen Sendetermin lassen, sodass wir sagen, es gibt einen bestimmten Tag, bestimmte Uhrzeit, wo wir einfach sagen, da ist immer unsere Live-Sendung, die eigentlich im Netz immer so in so einem Dialog stattfinden soll, wo wir halt quasi einmal ein Update geben, was ist aktuell passiert, wo stehen wir gerade und dann halt die neuen Themen präsentieren. Ja. Ja, Montag klingt doch ganz gut. Das könnt ihr euch ja auch aufschreiben. Wir versuchen das zur besten Sendezeit. Heute kam noch ein kleiner Termin dazwischen, aber dass wir so 2015, 2030 mit dem Live starten und dann euch ja auf eine Stunde begrenzt mal fix ein Update geben. Wenn es maximal eine Stunde, würde ich so machen, dann haben die Leute auch einen festen Zeitrahmen und ansonsten könnt ihr diese Lives wahrscheinlich auch einfach nachschauen. Oder wollen wir es spannend halten und du schnippelst das jetzt zu einem Video zusammen, was nicht alle Informationen enthält. Ja, ich glaube, also ich würde auf jeden Fall zuerst die ersten Frage, also montags 2015, 2030 ist, finde ich, eine super Zeit. Da läuft der Schrott im Fernsehen. Also falls du auf den Fernsehen guckst, lass es sein. Hier ist viel mehr los. Das ist auf jeden Fall ein super Zeitraum. Ich würde auf jeden Fall erstmal bis auf Weiteres sagen, dass wir das um diese Zeit machen. Vielleicht können wir immer am Tag davor noch mal kurz den Termin bestätigen, weil wir müssen halt gucken, wir haben jetzt ja den 30. November, das heißt, wie geht es auf Weihnachten zu? Da wird es wahrscheinlich auch Verzögerungen geben dadurch. Einmal bei den Arbeiten, zweitens natürlich, ob wir dann immer montags dazu zusammenkommen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Weihnachten, wie Neujahr fällt oder sowas, aber es kann durchaus sein, dass vielleicht ein, zwei Montage da nicht passend sein könnten. Daher würde ich dir aber vorschlagen, Kelvin, du promotest das einfach bei dir auf dem Kanal, ich mache das bei mir auf dem Kanal. Das heißt, guck einfach sonntags mal rein, ob dann der Termin noch mal steht oder nicht. Als es halt ausfällt, würden wir natürlich dann halt kurzfristig das nachholen oder wie auch immer. Aber das wird da einfach mal, bei Facebook ist man der Daumen hoch, also einfach diesen Follow-Button einfach anklicken, bei Insta halt auch. Dann kriegst du ja immer diese Newsfeeds, Updates bei dir rein. Dann siehst du ja, was passiert ist. Das ist also, dann bist du auf jeden Fall immer aktuell. Ansonsten diese Live-Videos, ganz ehrlich, wir können doch alle doch ruhig ohne weiteres reinstellen. Und es ist ja, vielleicht ist es ja auch so, wenn man was schneidet, geht ja auch so ein bisschen Dynamik raus, finde ich. Ich bin jetzt auch, oder das, ich glaube, das habe ich auch so verstanden, dass du das auch machst. Wir haben beide ja jeweils Podcasts und ich hatte den Podcast eigentlich als letztes. Ich habe zuerst einen YouTube-Kanal gehabt und Podcast finde ich total sexy, weil ein Podcast ist roh. Bei mir, ich habe noch nie eine Podcast-Folge geschnitten. Ich glaube, es gibt eine Folge, da hörst du meine Frau schreien, weil die Kinder irgendwie Theater machen. Du hörst einmal, wie ein Postbote klingelt oder ein Amazon-Lieferant irgendwie ein Paket bringt und so weiter. Weil ich finde, ein Podcast ist einfach, da bist du am Zahn der Zeit, da wird einfach nicht auf Pause gedrückt oder nachher irgendwie, weiß ich nicht, du hast geschnitten. Und ich finde, das ist hier ähnlich. Vielleicht ist eine Info dabei, wo wir sagen, ja, das weiß auch jeder und nachher ist es doch eine Information, die verloren geht. Ich würde ganz ehrlich ein Video stehen lassen und ich würde die halt bei YouTube reinstellen oder bei Facebook, glaube ich, hält die sowieso fest. Vielleicht können wir bald bei YouTube auch direkt streamen, weil das war eigentlich unsere Absicht, auch wenn wir das jetzt nicht laut sagen wollten. Aber wir haben es nicht hingekriegt. Ich kann euch versprechen, bei Immobilien sind wir besser. Das werdet ihr auch sehen. Aber nächste Woche haben wir bestimmt das Ganze auch schon wieder gefixt und dann können wir wahrscheinlich bei YouTube das Ganze stellen. Also ich würde es da online lassen und was man auch meiner Sicht auch echt überlegen könnte, ist einfach Audio extrahieren und auch beim Podcast reinzustellen, weil letztendlich bilden natürlich unsere hübschen Gesichter und gar keine Frage, aber der Content ist ja erst mal im Ton. Von daher, aus meiner Sicht kann man auch überlegen, ob man das nicht im Podcast reinstellen. Ist die Frage natürlich, wie man das macht, wenn man Zahlen präsentiert. Da wird wahrscheinlich ein Bild sehr sinnvoll sein, aber das kann man noch überlegen, von Fall zu Fall. Aber ich würde jetzt nicht sehen, warum man das eventuell einschränken sollte, weil wenn jemand da Bock drauf hat, wenn man sagt, das wäre eine spannende Sache für mich, dann soll er das sich gerne anschauen und wo er das tut, ist letztendlich ja für mich persönlich zweitrangig. Ja. Ne, sehe ich auch so. Dann machen wir das einfach so, dann recyceln wir unseren Content, super. Genau, ich werde wahrscheinlich, wenn du mir die Tonspur schicken würdest, das auch einfach mal in den Podcast-Schnitt geben und dann soll Thomas einfach mal frei Schnauze entscheiden, wie er das zusammenschnippelt, ob er alles lässt oder ob er da ja, irgendwie, irgendwie eine Quintessenz extrahiert und dann ein neues Format etablieren mit Essen Goes Airbnb. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich schreibe gerade kurz die Kommentare an, es gab mehrere. Ich schreibe kurz daran, dass jetzt alle gerne ihre Fragen stellen sollten und dann machen wir vielleicht die letzten fünf bis zehn Minuten machen wir gleich einfach mal die Fragen, die im Kommentar sind. Beantworten wir. Wie? Ich habe gar keine Kommentare. Wo hast du denn die Kommentare? Unter dem Video? Spannend. Ich sehe sie nicht. Na gut, aber dann musst du sie vorlesen und wir beantworten sie zusammen. Ja, ja, gerne, gerne. Das kriegen wir hin. Unsere Livestream-Zeit beträgt aktuell ja, knappe 50 Minuten. Dann machen wir nur noch zehn, maximal. Ganz anders. Wir machen jetzt maximal fünf Minuten noch und fünf Minuten vielleicht für die Fragerunde, falls gleich noch welche dazukommen. Also, wenn du Fragen dazu hast, egal welche Art, wir sind open-minded, stell die bitte jetzt, weil wir in den nächsten zwei, drei Minuten die Fragen durchgehen werden und das können wir eigentlich auch doch als so ein Ritual mit einnehmen. Also sagen, okay, kurz vor Ende, bis dahin, wer Fragen stellt, also in den Kommentaren, in dem Live-Video, wohlgemerkt, weil da können wir natürlich im Live-Video drauf eingehen, aber wenn du Fragen hast, dann stell jetzt direkt rein. Wir gehen dann zum Schluss gesammelt auf alle Fragen ein und beantworten die dann nach besten Möglichkeiten, wenn man die alle versteht und so weiter, aber das ist vielleicht auch so eine coole Sache, wo man sagen kann, ja, das ist, so einen kleinen Block immer reinlassen. Ja, das ist super. Ja, Ja, Also, ich sehe die auf jeden Fall, vielleicht sehe ich auch nur, weil ich der Host bin. Genau, also ich schaue, ich schaue zu, aber ich sehe keine Fragen. Okay. Ah, doch, da sind die Kommentare, aber die sind nicht direkt unter dem Video scheinbar. Ja, egal, wir gucken rein. Genau, also wir haben sechs Minuten bei der Zeit, Calvin, das ist alles noch, alles noch prima, wir haben halb elf, das heißt, die Leute werden jetzt langsam auch, ja, wie haben wir noch gezeigt? Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, trotzdem, wir könnten ja mal auf die Frage von Dennis eingehen, das ist eine Frage, die mich selber auch ein bisschen reizt, weil es gibt ja immer mal die ein oder anderen Hochpremium Wohnungen, die auch lange leer stehen, also, ihr in der Hausverwaltung, ihr sprecht ja auch immer darüber, dass ihr sagt, ihr wollt so wenig wie möglich Leerstand haben und das wäre ja eine ganz gute Strategie, jetzt habe ich schon einen kleinen Punkt geteasert, der bei uns im Interview drankommt, aber da dann die Frage zu stellen, okay, das sind meistens kleine Wohnungen oder sehr, sehr große Wohnungen oder sehr, sehr teure Wohnungen wahrscheinlich, die leer stehen oder keine Premiumlagen, was wäre denn dein Tipp, wenn man, wenn man eine sehr, sehr hochpreisige Wohnung haben möchte, an die Hausverwaltung heranzutreten? Ja, hochpreisig ist immer schwierig, hochpreisig heißt ja immer, man hat ein sehr, sehr kleines Klientel, man hat ein spezielles Klientel dabei und bei hochpreisig ist es immer so, du gehst vieles über, wie soll ich sagen, du gehst nicht über Masse, das heißt, du musst da gucken, dass du individuell überzeugen kannst und hochpreisig heißt ja auch, du kannst viel beschädigen. Es ist so, wenn ich ein kleines Apartment habe, jetzt zum Beispiel, was wir jetzt in die Kurzabmiete reinbringen werden, 26 Quadratmeter, weil wir es kaputt machen. Zwei Fensterscheiben, vielleicht drei Fliesen, vielleicht ein Waschbecken oder was weiß ich was. Das ist, ich sage mal, jetzt ohne irgendwie despektierlich zu klingen, aber das ist Standardausstattung. Das heißt, selbst wenn du jetzt da durchdrehst oder einen Mieter hast, der durchdreht und der mit einem Fäustel, mit einem Hammer irgendwie da um sich schlägt oder sowas, was soll er anrichten an Schaden? Das ist überschaubar. Das heißt also, wenn ich bei hochpreisigen, bei exklusiven Sachen bin, habe ich viele andere Faktoren dabei. Ich habe zum Beispiel Umfeld. Oft ist es so, dass ich bei exklusiven Lagen, exklusiven Wohnungen, habe ich immer auch ein exklusives Umfeld. Das heißt, ich muss darauf achten, dass das Umfeld zum Beispiel nicht gestört wird, dass das nicht irgendwie in eine Situation reinkommt, was es nicht gewohnt ist, was vielleicht da zu Verstörungen kommen kann. Und das ist bei exklusiven Wohllagen schon, kann das auch schon laut Musik sein oder vielleicht das falsche Auto oder vielleicht ein falsches Benehmen vor der Haustür. Also das heißt, du hast ja andere Kriterien, die da mitziehen. Das andere ist dabei, wo ich gerade sagte, wenn du in der Standardwohnung was kaputt machst, ist das einen anderen Wert, als wenn du jetzt in einer exklusiven Wohnung bist, wo du quasi nicht Natursteinböden hast, vielleicht irgendwie exklusive Fliesen hast, die auch nicht mal in normalen Fliesenhandeln zu kaufen kriegst. Weiß ich nicht. Also es gibt ja, da wird auch dementsprechend die Ausstattung auch luxuriös sein. Das heißt also, da wird eine Tür nicht 100 Euro kosten, sondern vielleicht 1000 Euro zum Beispiel. Wenn die beschädigt ist, natürlich auch der Impact halt dementsprechend deutlich, deutlich höher. Das heißt also auch damit zwangsweise, dass der Vermieter deutlich sensibler sein wird. Und der Vermieter wird auf jeden Fall auch eher hingehen und im Zweifel, also wir haben bei uns den Spruch, sagen wir es so anders, im Zweifel gegen den Interessenten. Das heißt, wenn wir nicht sicher sind, ob das ein richtiger Interessent ist, ob das der richtige für das Objekt ist, dann sagen wir notfalls, dann lieber nicht. Wir machen keine Experimente und daher ist das immer so eine schwierige Position reinzukommen. Da musst du schon einen guten Track Record haben, du musst ein richtiges Auftreten haben, du musst also schon ein volles Paket dazu mitbringen, was in die Richtung kommen kann. Okay, wenn ich dir jetzt als Airbnb-Vermieter die Pistole auf die Brust setze an der Hausverwaltung und sage, ey, guck mal, ich habe jetzt in meinem Beispiel sechs Objekte in der Verwaltung, habe ich hier, zeige ich dir, funktioniert alles super, ich mache Plus, deine Wohnung steht nachweislich jetzt schon fünf Monate leer, die hat den und den Kaltmietenpreis, der extrem hoch ist, ich würde das gerne mieten und kurzzeitig vermieten. Ich habe, falls du Sorgen hast, dass irgendwas Exklusives kaputt geht, von Airbnb eine Gewährleistung, habe noch eine Versicherung an der Hand und kann jeden Schaden abdecken und gehe auch persönlich auf die Mitmieter im Haus zu und werde mit denen das Thema ansprechen. Es ist ja auch klar, also ich frage deshalb, weil es spannend ist, weil es ist ja klar, dass wenn eine Wohnung jetzt sagen wir mal 3000 Euro kalt kostet, was ja schon ein Hammerpreis ist, dann zieht man natürlich auch nur Airbnb-Gäste an, die dieses Budget in der Tasche haben, sagen wir mal und jetzt kommt es dann natürlich darauf an, wenn das jetzt ein Rockstar ist, der gerade in der Stadt ist, vielleicht schwierig, aber die Regel sind ja dann auch Geschäftsreisende, die ja so ein bisschen auftrumpfen wollen, vielleicht bei einem Netzwerkevent sind und dann sagen, ja, ihr könnt mit in meine Wohnung kommen und wir können da noch ein bisschen was trinken und einen Absacker und ein bisschen Netzwerken. Wie könnte man dich aus meiner Position vielleicht heraus überzeugen, dass du mir als Hausverwaltung sagst, go for it, probiere das mit der Kurzzeitvermietung über das Objekt, ich kriege es jetzt gerade nicht long-term vermietet und der Eigentümer freut sich über Mieteindungen. Also was du auf jeden Fall haben musst, du musst absolut überzeugend sein, das heißt, du musst auf jeden Fall das, was du machst, extrem gut beherrschen. Du musst mir das Gefühl vermitteln, dass du das schon x-mal gemacht hast und dass du für alles, was kommen könnte, schon eine Lösung parat hast. Also ich muss mir sicher sein, wie ich gerade sagte, keine Experimente, das heißt, ich muss echt sicher sein, dass du in dem, was du tust, wirklich ein Freak, ein Experte bist. So, das wäre die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt über das Thema überhaupt irgendwie groß sich Gedanken macht und das Ganze vertieft und bespricht. So, wenn du das hast, dann musst du halt natürlich Referenzen am besten haben. Du musst am besten sagen, pass auf, das Objekt habe ich ähnliche Lage, ähnliche Exhibität, ähnliche Preislage, schon mal gemanagt. Ich habe da schon Erfahrungswerte drin und das Beste wäre dafür noch, wenn du sagen kannst, okay, und das lief auch über einen gewissen Zeitraum super, ich habe da auch, keine Ahnung, so viele Vermietungen durchgeführt, ich habe so und so viele Probleme, also alles, was aufgetauscht ist, gemanagt und da ist das passiert, ich habe das so gelöst und so weiter, sodass du einfach weißt, du machst keine Experimente mit der Geschichte, weil was die Bereitschaft, einen Experiment einzugehen, wird immer geringer, je exklusiver du wirst. Das heißt, er muss sich komplett sicher sein, dass du ein absoluter Experterin bist und alles, was kommen wird, du schon lange gemanagt hast und alles für dich mit einem Lächeln über Gesicht sagst, ach ja, da machen wir so und so, das haben wir schon mal gehabt und dann machen wir das, dafür musst du auf jeden Fall gerade stehen oder dafür musst du, so musst du den Eindruck hinterlassen. Das wäre für mich so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, dann würde es einer auch, der auch wirklich konservativ veranlagt ist und auch viele konservative Werte werten ich vielleicht auch dazu, ohne weiteres, mit dir das Gespräch suchen und das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass man hier überhaupt erstmal Gehör findet und dass du überhaupt in die Position kommst, mit dem Gespräch zu führen und dann, glaube ich, würdest du auf jeden Fall ein Gehör finden führen. Ja, Dennis, dann habe ich jetzt versucht, so tief reinzugehen, wie nur möglich, absolut überzeugen, Expertise vorweisen, Erfahrungen teilen und Vorbehalte schon vorher ausspielen, also schon vorher wegnehmen am besten. Ich hätte jetzt direkt im Kopf, dass man vorher schon mit den Mietern im Haus spricht, dort klingelt und sagt, hey, ich würde die Wohnung gerne anmieten, würde sie aber in Abwesenheit vermieten, wäre das für euch in Ordnung, dass man da schon die Einwilligung oder die Einverständniserklärung vielleicht einfach schon mitbringt und sagt, guck mal, ich habe schon mal gefragt, vom Haus aus gibt es keine Bedenken. Pass auf, das kann aber auch nach hinten losgehen. Wenn du jetzt wirklich über exklusive Wohnlagen sprichst, die Leute, je exklusiver du wirst, umso mehr finden die Leute Anonymität wichtiger. und ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du ungefragt klingelst, bevor du auch schon in Gesprächen mit einem Vermieter oder mit einem Eigentümer gesprochen hast, das kann nach hinten losgehen, das kann durchaus als einen Schritt zu weit, einen Schritt zu schnell ausgelegt werden, vielleicht kann das auch der Showstopper werden. Also da wäre ich echt vorsichtig dabei, weil das kann, also wir reden um exklusive Wohnlagen, wir reden jetzt nicht um ein Apartmenthaus mit 200 Wohnungen. Also wir reden jetzt wirklich davon, wo du wirklich exklusive Wohnlage hast, war das gerade 3000 kalt als Mieter oder sowas. Also wenn ich 3000 kalt zahle als der Nachbar, dann möchte ich vielleicht nicht, dass jeder bei mir klingelt und sagt, pass auf, die Bude gefällt mir, da würde ich gerne reinziehen und ja, wenn ich nicht da bin, dann kommen andere rein und sowas. Also ich würde dann gewisse Anonymität, glaube ich, bevorzugen und das, glaube ich, könnte auch dann zum Eigentor werden, wenn du nach dem Eigentümer sagst, ja, ich habe schon bei einem geklingelt oder sowas. Also könnte umschlagen. Sehr gut. Okay, verstehe. Siehst du, da hast du jetzt nochmal einen Tipp bekommen. Gut, wir haben keine Fragen mehr reinbekommen, nur noch großes Lob für dich. Ganz, ganz wichtig. Diese, oder nicht diese Kernfrage, aber viele Bereiche von dieser Frage haben wir auch in deiner Podcast-Folge doch. Ja, definitiv. Das heißt also, wer das fragt oder wer da Interesse daran hat, ich gucke gerade Dennis. Dennis, unbedingt die Folge vom Kelvin anhören. Ich verlinke hier nochmal im Nachgang hinterher, wenn du das nochmal gleich unbedingt sehen möchtest. es ist so, wir haben im Podcast von Kelvin, das ist der Erhört-Podcast, also Er wie Englisch Luft und Hört wie Hören. Wenn du da reinhörst, da gibt es eine Folge dazu, wo wir das Interview haben und da ging es im Prinzip, im Kern davon ging es darum, wo der Kelvin genau das gefragt hat. Er hat also, also nicht bezogen auf exklusive Wohnungen, er hat also allgemein gefragt, wie überwinde ich quasi so diese Hemmschwelle, diesen ersten Schritt, wo die Eigentümer oder wo mir die Hausverwaltung überhaupt zuhört und mir das Objekt überhaupt erstmal grundsätzlich anvertrauen könnte. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Ratschläge, drei, vier, fünf, paar Punkte. Gefühlt vollgepackt mit Ratschlägen. War super spannend. Deswegen lassen wir uns ja noch Zeit für die Veröffentlichung, weil wir vorher die Marketing-Trommel bürbeln, weil es wirklich spannend war. Genau, dann würde ich sagen, wir sind am Ende, nicht, dass meine Frau mich noch köpft. Und wir haben ja die Stunde voll, oder? Haben wir die Stunde voll? Ja. Ich glaube, ich glaube. 58, 28. Ah, okay. Dann passt das ja fürs Schlusswort. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen, die reingeschalten haben und die uns so ein bisschen verfolgt haben, weil aufgenommen beziehungsweise getrackt hätten wir es eh. umso schöner, dass ein paar Leute live zugeschalten haben und auch ein paar Komplimente für dich hinterlassen haben. Du scheinst ja eine sehr beliebte Vermietung oder Hausverwaltung zu sein. Das ist ja eine Seltenheit in Deutschland, wenn ich das aus meiner Perspektive mal so sagen darf. Ja, und ich freue mich echt sehr, sehr auf Essen, auf das Projekt und überhaupt, wie wir das jetzt gemeinsam durchführen. Das habe ich so noch nie gemacht mit einem Eigentümer. Also auch noch mal eine ganz, ganz neue Perspektive, die da eingenommen wird. So raus in den Vordergrund statt im Hintergrund alles schnell abarbeiten und dann online stellen. Ich glaube, wir und auch alle, die uns da verfolgen, können noch ganz viel lernen. Und das ist ein schönes Gefühl. Ja, Kevin, dir auch noch mal vielen Dank. Wie gesagt, es war spontan, daher seht uns bitte nach, dass wir jetzt improvisiert haben, dass der Stream nicht so ganz geklappt hatte, dass wir im falschen, nein, das haben wir nicht. Wir wollten, aber wir sind so anders, ja. Es war sehr spannend, sehr kreativ. Wir haben ein paar spannende Punkte auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin echt gespannt, was das Projekt noch mit sich bringen wird. Und das Gute ist dabei, das wirst du alles live sehen. Also, je nachdem, ob du live einstellst, oder als Video schaust. Aber, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit dazu, dass du wirklich alles nachvollziehen kannst und wirklich mit voller Transparenz da arbeiten werden. Das heißt also, wenn du da Spaß dran hast, guck auf jeden Fall rein, abonniere den Podcast von Kelvin, wenn dich Kurzzeitvermietung irgendwie allgemein interessiert. Mein Podcast, ja, gerne Investoren, Kapitalanleger, wenn das das Thema für dich ist, wo du gerne hingehst oder was dich interessiert. Ansonsten freuen wir uns, wir haben montags, 2015, 2030, save the date, save the time, ganz wichtig. Wir werden die Folgen noch mal announcen vorher. Ich sage mal, Samstag, Sonntag werden wir noch mal schreiben und bestätigen, dass das kommt. Oder auch nicht, damit ihr also wisst, dass ihr nicht umsonst auf uns wartet. Ja, wir haben ein paar Doings. Es wird auf jeden Fall cool, garantiert. Wenn ihr Fragen habt, noch mal, ja, Kommentare, dann kommen wir in den nächsten Wochen darauf zu. Ansonsten würde es sich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und unser Projekt mit begleitet. Alles Gute. Perfekt. Kelvin, wir verabschieden uns. Ciao, ciao. Macht's gut. An alle, die vielleicht jetzt noch live dabei sind und ansonsten, die uns verfolgen. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und auf die nächsten Folgen. Bis bald.